Mit einem kraftvollen Funken der Inspiration entfachte ich eine Revolution, die die Art und Weise, wie Menschen auf der ganzen Welt miteinander kommunizieren, für immer verändern sollte. Mein Name ist Alexander Graham Bell und ich möchte euch nun in meine fesselnde Biografie und die aufregende Geschichte meiner Erfindung des Telefons mitnehmen. Es war ein dunkler und stürmischer Abend im schottischen Edinburgh, als ich das Licht der Welt erblickte. Schon früh zeigte ich ein außergewöhnliches Interesse an den Wundern der Natur und der Wissenschaft. Mein Geist brannte vor Neugier und meine unersättliche Suche nach Wissen trieb mich dazu, die Grenzen des Möglichen zu erweitern. Ich hatte das Glück, in einer Familie aufzuwachsen, in der Erfindungsgeist und Kreativität hochgeschätzt wurden. Mein Vater, ein renommierter Sprechlehrer, erkannte mein Potenzial und ermutigte mich, meine Leidenschaft für Kommunikation und Sprache weiterzuentwickeln. Es war diese frühe Prägung.